Das war nicht klug. Das war nicht klug. Das war einfach nicht klug. Was ist denn hinter der Wand? Oh, ein Bogen. Und hinter der Tür... Jetzt habe ich keinen Schlüssel dazu gebraucht. Ich hatte drei Schlüssel. Ich will nur Arsch zeigen. Was ist stronger? Die ganz abgeliefert. Ich kann mir eh nichts leisten. Mein Glor reichen 72 Meilen. Und da habe ich keine Bomben. Ich glaube dieses Mal Jumps hatte ich noch nie. Ich hoffe ich brauche es nicht. Aber... ...dann weiß ich nicht. Ich glaube der Treppe ist ein bisschen schwierig. Also mit einem Bogen zumindest. Oh, größerer Bogen. Ich sollte aufhören diese Flaschen zu nehmen. Wenn ich nicht weiß was da ist. Das war eigentlich keine Defensage. Ich habe halt einfach keine Defensage. Schlüssel und Bombe? Das ist nicht kaputt. Das ist ein Spiel mit einer Rüstung. Das ist ein Spiel mit einer Rüstung. Das ist ein Spiel. Ich finde es gut. Das ist ein Spiel mit einer Rüstung. Und dann haben wir schon mal den Boss. Ich wünsche euch nochmal Lohn Keys zu kaufen. Ich möchte auch Bomben. Ich glaube, ich kaufe mal zwei Keys. Kaufe Keys. Du mein Keys weg. Du mein Keys weg. Was kriege ich denn? Erstmal ordentlich Pilze fressen. Nein. Oh, Key war schon eine gute Idee. Rich? Ich glaube, ich nehme den Damage plus 5. Ach, Moment. Das Rich? Ich weiß nicht, wie viel Geld mehr das Rich gibt. Damage ums 5. Ich will die Bombe aussammeln. Ah. Ich glaube, es gibt mir nicht 400 oder so. Ich habe mir vorhin aufgesammelt, weil ich habe nicht gemerkt, was man gegeben hat. War gar nicht immer so viel, glaube ich. Oh, ein Schlüssel. Nicht gut. Ich bekomme Rich nochmal. Aber ich glaube, ich will meine 10 Lebenspunkte extra behalten. So 30 ist, glaube ich, ganz gut. Es sei denn das Item wirklich gut. So plus 10 wieder, so wie vorhin. Wo ich auch dann Lebenspunkte plus bekomme. So, ziemlich cool. Kein Kies. Muss ich mal eine Einfahrgut lassen. Aber ich glaube zumindest über diesen C. Weil ich noch nie hatte. So hatte ich ihn aber schon. Ich habe es falsch gelesen. Weil ich habe eben noch nie 10. Wahrscheinlich darf man einfach die Räume ganz schnell durchlaufen. Keine Gegner töten, sich mal treffen lassen. Keine Räume groß erfunden. So brauche ich die Bomben nicht spielen. Lass meine Hände aussetzen. So. Machen wir mal, nachdem ich nochmal gestorben bin. Oder. Das ist ein Unwahrscheinlich Fall. Nachdem ich es geschafft habe. Ich habe heute wieder kein Geld. Man, ich kann es auch. Das wäre natürlich auch schön. Das wäre natürlich auch schön. Ja, ich kann die Bomben nicht spielen. Das Bomben haben wir jetzt schon. Gibt es noch was zum Aufbauen? Ich glaube es nicht. Da war noch die Scheiße. Das dreht die Musik wieder total ab. Ah. Keine Keys. Kees. Ich muss doch nicht klustern. Und noch mehr Keys. Junge. Nee, auftritt. Noch ein Key. Das ist nicht so gut. Und so weiter geht es vielleicht auch, dass die Hack aktiviert hat. Als ob. Danke Spiel. Danke. Danke. Das habe ich mir gewünscht. Aber für nichts, Alter. Für nichts. Die Besten kann ich schwer. Ich weiß nicht. Die Musik ist vielleicht ein bisschen diskutabel. Ich finde es dauern ja genau, was ich will. Ich finde es dauern ja genau, was ich will. Ist ja direkt neu. Oder wird ein paar Woll gewaschen haben. Nee. Definitiv nicht neu. Das ist noch nicht normal. Machen wir ein Stück runter noch. Ah, hält. Und das war unten. Und das war unten. Soll ich mir jetzt die Pfeile vielleicht für den Kopf aufgeben. Wobei, der ist nicht so schnell, dass man ihn überhaupt... Nein. Ich habe nichts gesagt. Punishment. Okay. Aber schöner Schaden. War das meiner? Oder... Der vom Boss. Oder den, wo ich irgendwann mal genommen habe. Ich kann damit beides aussprengen. Hä? Ich habe doch eben was immer aktiviert. Spiel. Das Spiel nicht aufgefangen. Da ist schon mal die Boss-Tür. Äh... Ja, geht so. 40 und ich Crit mache halt. Ist halt vor allem dieser Crit-Schaden, der so richtig derbe hoch bei ihm ist. So. In den Shop gehen wir gleich nochmal rein. Erstmal gucken, ob wir noch mehr Geld finden. Ich habe zum Beispiel schon eine Armor gefunden. Ist jetzt kein Geld, aber auch schön. Ich will nur noch einen guten Moment warten, um da rein zu kommen. Ich habe auch kein Mana. Ich habe eh nichts, was Mana verbrauchen würde. Und ich habe auch keinen Mana. Ich habe auch keinen Schlüssel mehr, aber geirrt. Ob ich... Krass gilt nicht so. Guck, schauen wir doch mal den Shop. Ja... Immer um. Dementspris 1. Weißen. Ich weiß nicht, wie ich da was kaufe. Dementspris 1. Ich kaufe lieber 2 Keys. Jetzt sind wir hoch. Jetzt sind wir hoch. Jetzt sind wir zu hoch. Jetzt sind wir zu hoch. Huh, Schlüssel mehr, komm. Was hat das Spiel jetzt für Probleme? So gibt es mir so viele Schlüssel. Ich habe es nur eins mehr, ne? Da ist der Bossraum. Das ist nur wieder diese Schlange. Die kann ja eh nichts. Nee, bloß eins ist nicht so toll. Coins-Multi-Player? Hm, nee. Dafür möchte ich jetzt nicht mein Leben opfern. Oh, Stats plus eins wäre cool, weil dann würde ich kein Leben damit ausgeben. Oh, Stats plus eins. Ja, geil. Oh, Stats plus eins. Ja, geil. Ich könnte natürlich auch darauf hoffen, dass ich später noch einen Shop bekomme und da noch was besseres drin ist. Was nehmen wir noch mal Geld mit? Nehmen wir mal auf. Was ist denn da noch drin? Black Friday. Okay, also warum er der macht? Äh. Habe ich gerade Pfeile in alle Richtungen verschossen? Oder habe ich das nur eingebildet? Oh, ich komme nur mal in den Shop. Hm. Was macht denn die Flasche da? Ah, unknown. Nee. Oh, warte mal kurz. Jetzt habe ich... Hm. Hm. Black Friday reduziert das hier. Ja, geil. Das macht Black Friday. Ja, das ist wieder die Schlange. Oh, geil. Jetzt muss ich mich gar nicht mehr bewegen. Das ist praktisch. Das ist selber die Pins. Also warum er das macht. Ja. Einfach weggekäppelt. Und Tunplus 1 regelt. Soll ich meine Crit Chance nochmal erhöhen, oder? Ja. Das ist alles. Das Fliegel natürlich nochmal schön. Aber ich habe kein Geld mehr. so ein bisschen aufpassen obwohl die können nicht gerückschießen nein warum nutze ich diese bottles überhaupt noch wenn ich eh nicht weiß wie machen so verlegen wie immer so was gutes ist ich lerne halt nix aus meinen fehler ich verspreche ich brauche noch leben für den boss mit einer bombe gibt nichts mit dem aufbau kein ja geil danke spielt jetzt Und dann, ich habe ein bisschen geholfen.